Heftige neue Mitteilungen bezüglich Olaf Scholz und dem Cum-Ex-Skandal in Deutschland. Es ist wirklich so unfassbar, dass hier bislang noch keine richtigen Ermittlungen stattgefunden haben. Ich habe dieses Projekt, nennen wir es mal an der Stelle, diese Vorkommnisse nunmehr seit über zwei Jahren in diesem Kanal hier verfolgt. Und was jetzt an brisanten Informationen neu rausgekommen ist, gucken wir uns genau an. Dieser Skandal wird immer größer. Moin zusammen, mein Name ist Oli, wenn du neu bist, gerne für kritische Content ein Abo dalassen. Da muss man sagen, apollonews.net kennen noch gar nicht so viele. Ein sehr investigativ arbeitendes Medium, denen jetzt zahlreiche Informationen hier exklusiv zugespielt wurde. Da muss man wirklich mal toll und lobend anerkennen, was mittlerweile solche freien Medien hier mittlerweile erreichen und machen. Dass aber auch Informanten nicht mehr unbedingt an die großen etablierten Medien gehen, sondern an solche unbekannteren, kleineren Medien. Das sollte denen auch mal zu denken geben. Und hier heißt es nämlich, Zitat, Und auch bei der Tagesschau hat man schon vor einigen Tagen darüber gelesen, streit über heimliche Entmachtung der Staatsanwältin. Und das ist eine ganz tolle Frau, die wirklich eine Paradeleistung gemacht hat. Seit 2013 ist sie um diese Cum-Ex-Situation dran, als Staatsanwältin in Köln tätig. Und das ist die Anne Bohr-Hilker. Und wie gesagt, die verfolgt diese Kandidaten, die solche Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, jetzt seit nunmehr zehn Jahren. Nochmal kurz erklärt sehen wir das hier auch bei Merkur, bei Cum-Ex-Geschäften schoben Investoren Aktien rund um den Defendenten-Stichtag mit Cum und ohne Ex-Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragssteuern, die gar nicht bezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Schaden von geschätzt zehn Milliarden Euro. Ähm, dem Staat? Wer finanziert nochmal den Staat? Ja, richtig. Der Schaden ist bei uns. Der Schaden ist beim Bürger angekommen. Und dementsprechend wünsche ich als steuerzahlender, rechtschaffender Bürger natürlich eine wirkliche lückenlose Aufklärung, die nicht gegeben ist, wenn wir einen Kanzler haben, der sich hinsetzt im Untersuchungsausschuss, daran kann ich mich nicht erinnern, sagt. Das kann es einfach nicht sein. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und dann geht es jetzt hier speziell um Protokolle, die mitgeteilt werden oder überliefert werden sollen von der Staatsanwaltschaft Köln aus nach Hamburg. Denn dort könnte es so sein, man muss ja mal im Konjunktiv schreiben, es könnte sein, dass verschiedene Aussagen um Terminen beispielsweise zwischen dem Herrn Scholz und dem Herrn Olearius, dem ehemaligen Chef der MM Warburg Bank, ja, vielleicht doch stattgefunden hat. Wie auch immer. So, und dann sehen wir das nämlich hier. Seit Monaten wartet der Hamburger Untersuchungsausschuss mittlerweile auf die genannten Protokolle aus Köln. In einem am Sonntag, 24.9. ausgestalten aktuellen WDR-Beitrag erklärt der Justizminister Limbach, schließlich müsste von den Grünen sein, bis ich richtig im Kopf habe, die Daten seien mittlerweile unterwegs. Allerdings sind die Daten nach Apollo News Informationen bis heute, Freitag, erneut nicht beim Ausschuss in Hamburg angekommen. Ja gut, vielleicht streikt das Fax und da muss jetzt noch die Brieftaube herhalten, die hat sich verflogen. Das ist natürlich bestimmt nur ein Zufall, dass das Ganze sich jetzt ein bisschen rauszögert, über ein paar Monate schon, und dass wir jetzt gerade auch in Hessen und in Bayern Wahlen haben und dass die SPD ja relativ große Ambitionen im Ministerpräsidentenamt, Nancy Faeser, in Hessen hat. Da sehen jetzt nur böse Zungen einen Zusammenhang, dass da irgendwas mit zusammenhängt. Nein, das glaube ich natürlich nicht. Und hier heißt es, Limbach erklärt, selbst dem NRW-Rechtsausschuss diesen Mittwoch, dessen Protokoll Apollo News vorliegt. Tolle investigative Arbeit, nochmal Grüße raus an der Stelle an Apollo News. Im Übrigen läuft derzeit die Abstimmung, wie dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Daten zur Verfügung gestellt werden können. Dies wird voraussichtlich über ein Auswerte-Laptop der im Verfahren tätigen IT-Sachverständigen geschehen, sodass die Abgeordneten in Hamburg den Datenstand auslesen und auch nach Stichworten durchsuchen können. Voraussichtlich, es ist noch nicht mehr bekannt, wie die Daten jetzt so bemittelt werden. Fax, Auswerte-Laptop, Brieftaube, Gaul, also Pferd, vielleicht wird es auch im Telegramm gesungen, per Morse übertragen. Wisst ihr Leute, das ist ja an Rationalität nicht, also es ist ja absolut lächerlich, was hier passiert, dass sowas ja jetzt noch nicht mehr bekannt ist, nachdem die Sachen hier schon lange angefordert waren und benötigt werden, um hier weiterzuarbeiten. Aber Apollinews sprach mit dem Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten Richter Selmecker von der CDU, Schriftführer des Untersuchungsausschusses und nebenbei gesagt, der Untersuchungsausschuss, guckt euch gerne mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aus welchen Parteimitgliedern dieser Untersuchungsausschuss zusammengesetzt ist. Auch ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Die Dokumente sind immer noch nicht da. Bewegung gab es in NRW erst, nachdem ich dort persönlich nachgehakt habe. Davor gab es ein Potpourri an Ausreden und Verzögerungen. Nein Leute, die haben viel zu tun, die haben viel zu tun, da gibt es keine negativen Sachen oder sonst was zu sehen. Das ist nicht in Ordnung, wer sowas in den Mund nimmt. Aber das Ganze geht noch weiter um den grünen Justmitizminister, nämlich hier. Und da gibt es ja, haben wir ja gerade eben schon angesprochen, diese Entmachtung der Staatsanwältin. Im Merkur wird das Ganze auch noch gesagt hier, die Ermittlungen würden zu langsam laufen, die Frau ist offensichtlich überarbeitet, das ist viel zu viel, was ihr aufgebürdet wurde. Und dementsprechend wird jetzt ihre Arbeit natürlich weniger. Das ist natürlich zu begrüßen. Leute, das ist alles absolut irre, was hier passiert. Und die Frau war 2021, ich hatte auch in einem Video darüber berichtet, als einzige Deutsche in den Bloomberg Top 50 der Welt aufgezählt worden. Wegen dieser weltweit anerkannten Sache, Umcomex, ja, Recherchen und Ermittlungen und auch Anklagen, die sie dort gemacht hat. Und die funktionieren ja offensichtlich. Ansonsten würde ja nicht ein Olearius jetzt aktuell hier seit ca. einer Woche vor Gericht stehen. Oder sehe ich das falsch? Also die macht ja offensichtlich eine gute, funktionierende Arbeit. Böse Zungen würden sagen eine zu gute Arbeit, aber nein. Nun ist sie faktisch entmachtet worden, heißt es hier. Die Frau Bohr-Hilker ist leitende Oberstaatsanwältin in Köln und hat bisher alleine die Abteilung H der Staatsanwaltschaft hier geführt, die sich mit Bearbeitung von Wirtschaftssachen in Zusammenhang mit Cum-Ex beschäftigt. Und jetzt kommt es, diese Abteilung wird jetzt aufgespalten und der Aufgabenbereich von der Frau halbiert sich. Sie erhält einen Co-Leiter für die Cum-Ex-Frage, der in allen Belangen gleichgestellt ist. Aber jetzt kommt es, das musst du dir auf der Zunge zählen lassen. Jedoch verfügt dieser über keinerlei Erfahrung im Cum-Ex-Bereich in Zukunft entscheiden bei unterschiedlichen Auffassungen der beiden der Leiter der Staatsanwaltschaft Köln. Und jetzt kommt es, wer ist das? Ein Mann, den Justizminister Limbach erst vor wenigen Wochen ernannte und der direkt aus dem Justizministerium abgerufen wurde. Ein Vertrauter trifft dann also die zentralen und konkreten Entscheidungen bei den Cum-Ex-Ermittlungen. Und man weiß das, Weisungsbefugnis bei Beamten und ein Staatsanwalt ist ja verbeamtet, ist natürlich eine ganz heikle Sache. Das heißt, wenn dann der Vorsitzende oder der Chef von der Frau Bräuhecker dann sagt, nee, keine Ermittlung, uninteressant, machen Sie dies, gehen Sie Kaffee kochen, lesen Sie da Zeitung, was auch immer sagt, dann muss die Frau das machen, sonst gibt es große Probleme. Ein Schelm, wer Böses bei diesen gesamten Themen denkt, Leute, es ist wirklich der Wahnsinn, was hier nur abläuft. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Schade wiederum finde ich auch, ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal bei Dr. Strate aus Hamburg geguckt, da passiert leider auch nichts mehr. Das war ja so eine Initialzündung, warum ich auch angefangen habe, darüber zu berichten. Und davor hatte ich ja auch schon berichtet, Strafanzeige gegen Olaf Scholz und Dr. Peter Tschentscher kam nämlich damals von ihm vom Februar 2022. Das Ganze hat er bis März 2023 durchgestanden und gemacht, aber es wurde kein Anfangsverdacht und ähnliches festgestellt. Und dementsprechend wurden ja auch nie richtig die Ermittlungen oder Hauptermittlungen aufgenommen seitens diesem Fall. Und das finde ich als steuerzahlender Bürger wirklich sehr, sehr schade. Schreibt jetzt mal eure Meinung unten rein. Wird das Scholz doch noch hier irgendwie zum Verhängnis oder hat man jetzt hier Punkt, Punkt, Punkt gemacht? In diesem Sinne, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.